... Republikanern gehen die Kürzung nicht weit genug. Präsident Biden feiert den Schwung, gilt trotzdem als Erfolg. Wer will sich am Abend in einer Rede an die Nation wenden? Also Drama abgewendet. Wir wollen es einräumen. Das bringt der Chase, die uns an der Börse in Frankfurt ist und die Finanzmärkte, die Atme doch sicherlich auf. Neunendunfurtzig Kilo hatte ich da. Neunendunfurtzig, jetzt sind siebzig. An was das liegt, keine Ahnung. Sie sehen wie lang es in der Gefangenschaft war. Letztes Jahr eine Redaktion. Wir haben bis 2025 erst noch keine Schulden, wo man sich mehr beteiligt, auch im nächsten Jahr, wenn sich das Thema nicht in dieser Weise neu auf den Tisch kommt. Erst mal neue Präsidentin, neue Präsidentin werden sich dann ab 2025 mit dem Thema wieder beschäftigen können. Und dann ist weiter die Frage, ob man sich die Obergrenze auf der Kampfschaften hat, das hat sich ja gezeigt in der Vergangenheit. Das Risiko, dass es wirklich mal einen Zahlungsausfall gibt mit entsprechenden Folgen für die Weltwirtschaft, ist einfach zu groß, als dass man mit solchen Obergrenzen rentieren könnte. Der letzten Tag auch noch ein Tor ist aus dem Mund heraus und dann kommt man zu einem Ergebnis, aber eine Schuldenüberfläche, so ganz, wie man sie bisher hatte, macht eigentlich keinen Sinn mehr. Also das ist wirklich ein großer, großer Schritt und die meisten reagieren positiv in der Asien. Wir haben also sogar ein deutliches Plus in Hongkong von 3,7 Prozent. Der Tags wird im Moment ungefähr ein halbes Dreiviertelprozentpunkt höher gesehen. Ein freundlicher Staat steht da vielvergleichen vor. Ich bin gespannt. Besten Dank für die Hintergründe, Frieder Tilg von der Börse. Der Wiesbadener Cum-Ex-Prozess verurteilte Steueranwalt Hannu Berger, der vor dem Bundesgerichtshof zieht. Berger habe Revision eingelegt, teilte seinen Anwalt mit. Berger war ja am Dienstag am Landgericht Wiesbaden zu mehr als acht Jahren verurteilt worden. Auch jetzt, dass es bereits im Dezember ausgesprochene erste Cum-Ex-Urteil des Landgerichts Bonn hatte Berger ja schon Revision. Der Steuerberater gilt als prominenteste Schlüsselfigur im Kfarina-Wels, NTV. Er soll von 2006 bis 2008 bei Aktien, die jetzt mitgewirkt haben, die zu illegalen Steuerrückerstattungen von 113 Millionen. Das erste läuft noch mit Nachrichten und Telegym-Energie. Genau. Wo helfen die mir? Jijong. Daug.